So, wir haben heute den 26. März 2014 und dank Taucheranzug dauert die Wasserschuh-Saison jetzt von März bis November. Das Thermometer. Es ist 9 Grad hier draußen. Das zweite Thermometer. Ein Fisch sagt, es sei 4 Grad Wassertemperatur. So, statt mit dem Boot zu meinem Tauchgrund zu fahren, kann ich das auch mit Wasser schufen. Aber Ankerwerfen nicht vergessen, damit die Guten nach dem Auftauchen auch wieder nach da sind. Dann wollen wir mal gucken, was da unten los ist. So, weiterfahren. glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020